Musik Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zum Weihnachtskalender, der nächste Tag ist da, das nächste Türchen hat es geöffnet. Ihr könnt heute wieder gewinnen ein PC-Spiel, einen Download-Key von meinem Partner Gamesplanet.com und heute könnt ihr gewinnen dieses Spiel hier. Super, ne? Geile Sache. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst, wenn ihr in den Lostopf wollt, einfach nur die frohe Botschaft dieses Videos hier verbreiten im Internet. Sprich, ihr verlinkt dieses Video irgendwo im Internet, bei Facebook, Twitter, Instagram, in eurem YouTube-Kanal, in irgendwelchen Foren, was euch einfällt. Und dann schickt ihr mir den Link per E-Mail an harald.frenkel.gmx.de, damit ich einen Beweis habe. Und schreibt in diese E-Mail auch rein, ganz wichtig, um welches Spiel es gerade geht, das hier, damit ich das entsprechend den Gewinnern zuordnen kann. Ihr habt immer 24 Stunden Zeit, wenn ihr das Türchen rechtzeitig öffnet. Also sprich, ihr habt jetzt Zeit bis morgen früh um 6 Uhr, weil dann öffnet sich das nächste Türchen und es geht in die nächste Runde. Habt ihr verstanden? So, Teilnahmebedingungen müssen wir nochmal drauf verweisen, auf meine Videobeschreibung unten. Ich vergesse ja manchmal was, da steht dann alles da unten drin. Und dann wisst ihr Bescheid und dann habt ihr die besten Chancen. Und ja, ich wünsche euch viel Glück und bis morgen dann! Ich wünsche euch viel Glück und bis morgen.